Was wir hier sehen, ist natürlich ein Anschlagsversuch. Wir erkennen hier die Pyramide der Sonne und da drüben ein Chemtrail, der eigentlich die Bergspitze, das Zentrum der Energie, treffen soll. Aber daneben, ja, wir wissen nicht, wo einschlägt und wir können nur hoffen, dass es nicht zu viele Tote gegeben hat. Das ist die Art, wie die Regierung versucht, diese Wahrheit der Pyramide der Sonne zu unterdrücken. Aber wir bleiben für euch am Ball. Untertitelung des ZDF, 2020